Willkommen zu einer weiteren Einheit dieses Kurses über die Grundlagen der Statistik in Excel. Dieses Mal mit einer Einheit zu Mittelwerten. Fangen wir damit an. Ich habe hier zwei Beispieldatensätze angelegt. Wie kann ich hiervon den Mittelwert berechnen? Wenn ich mir das Datenset angucke, hier brauche ich einen normalen Mittelwert oder das arithmetische Mittel. Da könnte ich jetzt natürlich selber hingehen und es per Hand machen, indem ich hingehe und einfach sage, so, summiere alles auf, also rechne die Summe hiervon und teile das durch die Anzahl der Beobachtungen, die wir hier haben, also geteilt durch Anzahl dieser Elemente. Dann bekomme ich diesen Wert. Wenn ich das mir ein bisschen einfacher machen möchte, kann ich auch einfach die Funktion Mittelwert benutzen. Das heißt, wir haben hier in Excel eine Funktion Mittelwert, die genau das Gleiche macht, wie das, was ich oben gemacht habe. Ich wähle die Werte aus, mein Datenset, und er rechnet mir genau den gleichen Mittelwert aus. Der Vorteil dieser Mittelwertsfunktion ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Datenpunkt durch etwas ersetze, was keine Zahl ist, dann passt er das automatisch an. Das macht er hier in dem Fall auch. Allerdings kann ich hier nochmal genauer darauf Einfluss nehmen. Wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Anzahl A berechnen würde, würde er es mitzählen. Bei dem Anzahl funktioniert es. Das heißt, hier hängt es wirklich davon ab, was ich wie wo berücksichtige. Wenn ich den hier lösche, sehe ich auch, ändert sich letzten Endes nichts. Das heißt, beide Funktionen funktionieren auf genau der gleichen Art und Weise. Wobei ich hier halt die Möglichkeit hätte, nochmal gezielt zu sagen, wie er mit Nichtzahlen umzugehen hat. Soweit zu den normalen Mittelwerten. Wenn ich jetzt aber wie hier Wachstumsraten habe und davon die mittlere Wachstumsrate ausrechnen möchte, dann darf ich eben nicht mehr das machen, was ich hier mit dem normalen Mittelwert gemacht habe, weil ich dann daneben liege. Das heißt, würde ich hier ganz normal den Mittelwert anwenden, wie gerade auch gemacht, bekomme ich jetzt hier zum Beispiel einen Wert von 1,77. Hier bei Wachstumsraten brauche ich das geometrische Mittel. Das haben wir aber auch in Excel implementiert, und zwar unter der Form Geomittel. Jetzt muss ich aber, bevor ich das hier tatsächlich durchführe, noch was anderes beachten. Das geometrische Mittel wende ich nicht auf meinen Datensatz normal an. Das gibt nämlich dann ein Problem, wenn ich gerade wie hier auch negative Wachstumsraten habe. Das heißt, das geometrische Mittel wende ich nur auf Wachstumsfaktoren an. Das heißt, ich gehe hier hin, wenn das jetzt alles, dieses hier, alles beispielsweise Wachstumsraten sind, also Prozentwerte, kriege ich meinen Wachstumsfaktor als 1+, und diese Werte jeweils durch 100. kann ich für all die Sachen hier meine Wachstumsfaktoren berechnen. Und da drauf, auf dieses neue Datensatz, da wende ich mein geometrisches Mittel an. Jetzt habe ich hier auch nur einen Wachstumsfaktor stecken. Das heißt, das, was ich hier noch machen muss, ist einmal minus 1. Und dann sehen wir schon, das ist jetzt in dieser Schreibweise und nicht als Prozente geschrieben. Das heißt, wenn ich das in der gleichen Form haben möchte, wie die Inputdaten, muss ich es nochmal mit 100 mal nehmen. Das heißt, ich mache hier 100 mal, dieser Ausdruck, und kriege dann hier die tatsächliche mittlere Wachstumsrate. Dann sehe ich diese weicht leicht von der hier oben ab, die ich über den normalen Mittelwert berechnet habe. Soweit zum Thema Mittelwerte von Wachstumsraten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Durchschnittsgeschwindigkeiten oder alles, was mit Quotienten zu tun hat, versuche zu mitteln, dann brauche ich wieder ganz anderes Mittel. Dann brauche ich nämlich mein harmonisches Mittel. Jetzt habe ich hier keinen extra Datensatz für angewendet. Gehe mal davon aus, das hier sind entsprechende Datensätze. Wenn ich jetzt hier das harmonische Mittel drauf anwenden möchte, finde ich das auch in Excel implementiert, und zwar unter H-Mittel. Dann kann ich hier auch wieder meinen Datensatz auswählen und kriege hier mein harmonisches Mittel als 2,1039. Das wäre es dann auch schon, was man zu dem Thema Mittelwerte in Excel anmerken kann. Was ich hier noch nicht angesprochen habe, was auch nicht besonders implementiert ist, sind sogenannte gewichtete Mittelwerte. Da habe ich keine besondere Funktion implementiert. Hier müsste ich jeden Datenpunkt selber mit einem von mir gewählten Gewicht gewichten und dann damit entsprechend mit dem Mittelwert arbeiten. Das heißt dafür, da haben wir keine gesonderte Funktion, aber das kann man relativ einfach auch selber gestalten. Damit haben wir dann auch die Standardansätze für die Berechnung verschiedener Mittelwerte durchgesprochen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten etwas hieraus für sich mitnehmen. Weitere Aufgaben in dem Stil bzw. weitere Anwendungen in dem Stil finden Sie über die entsprechende Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.